Und herzlich willkommen zurück, euer Rubbelkasser. Es wird am Start zum rubbeligen Sonntag, Leute. Es ist wieder so weit. Wir haben hier eine Cash-Explosion, ein Cash-Lose und eine Schatztruhe. Und lasst uns das frohe Rubbeln beginnen, würde ich mal sagen. Und gehen mit der Schatztruhe gleich in Führung. Und was werden wir rausrubbeln? Die 8, die 30.000, die 3.000, die 6, die 8, die 4, die 60, die 30 und die 300. Leider eine Nieder in Lose Nummer 1. Lose Nummer 2, wir suchen den Cash-Lose, nur Bündelgeld. Fangen wir mit der 8 an, die 50.000 folgt die 15, die 4, die 50, 25, die 2, die 8 und die 500. Eine weitere Nieder an diesem rubbeligen Sonntag, unser letztes Los dieses rubbeligen Sonntags. Wir haben drei Spieler in der Cash-Explosion. Fangen wir in Spiel Nummer 1 an und suchen dreimal den gleichen Betrag. Die Frage ist, wie macht man denn das? Äh, 100, die 10, 5, die 100, 5, 25, 100.000 und die 15. Und Spiel Nummer 1 leider nicht. Spiel Nummer 2. 5, 15. 2 mal die 100. Oh, 25, 2 mal die 1.000, aber nicht das 3 mal. Hm, okay. Spiel Nummer 3, wir suchen drei gleiche Beträge. Fangen wir mit einer 10 an, gefolgt von einer 100. Wiederum gefolgt von einer 100. Gefolgt von 25, 15, 15, 15, 100.000 und 15. Uh, Leute, wir steigen sogar mit plus an diesem rubbeligen Sonntag aus. Ganz was seltenes. 3 mal die 15. Spiel Nummer 3. Schön, Leute. Das ist schön. Rubbeln wir uns noch ein bisschen schöner auf. Na. So. Schön noch die Losnummer. Voila. Haben wir irgendwas übersät? 3 mal 10? 15 Euro, Leute. Wunderschön los. Spiel Nummer 3, 15 Euro. Und das war's auch schon. Nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren. Euer Rubbel Kaisersrausensack. Schönen Sonntag noch.